Ja, also ich muss mal sagen, dass man in der ersten Halbzeit sicherlich, man hat gemerkt in der ersten Halbzeit, dass wir, aber... Fehlt es da eventuell auch an der Kreativität? Das wird sich zeigen, das wird sicherlich wieder auf uns zukommen, das können die finden, ne? Wie sieht es eigentlich bei Joachim Löw aus? Und dann mal, sagen wir mal, den Kopf wieder etwas frei haben, also ich habe selbstverständlich in diesen Tagen gar nichts gehört. Wir haben einen klaren Plan. Danke, Joachim Löw. Dankeschön.